Einige von euch haben gefragt, wie es denn jetzt mit der 19er Damage-Liga aussieht, also ob wir da jetzt aktiv spielen und hin und her und wie das Spiel vor allem lief. Also, wir sind in Stadt der Division 35, so. Das Spiel wäre das Spiel gegen das Team 4 Freunde und Robert gewesen. Wir haben den 21.03. um 19 Uhr vorgeschlagen, also gestern. Der Vorschlag kam am 19.03. um 20.32 Uhr rein. Nach 48 Stunden spätestens müssen sich die Gegner gemeldet haben oder halt zumindest einen Gegentermin geschrieben haben. Sonst ist der bindend, dieser Termin. Unser Termin lag zwar vor diesen 48 Stunden, das heißt, sie hätten sich in dem Zeitraum von hier und hier, glaube ich, noch melden können. Also, meinetwegen um 20 Uhr schreiben, hey, wir können doch nicht, wir brauchen einen neuen Termin. Aber sie haben sich gar nicht gemeldet, wie man hier sehen kann. Also, wir haben dann auch um 19.16 Uhr das Map-Voting gestartet und haben dann auch mehrfach, ich glaube, 2-3 Mal bei denen angefragt. Aber es kam halt nichts bei rum. Somit haben wir, das muss nur eingetragen werden, einen Death-Win gegen sie, ja, gewonnen. Der Runden, der muss ja noch drauf gerechnet werden. Das heißt, wir sind dann bei 64 siegreichen Runden und 17 Niederlagen, also 17 verlorene Runden. Also, in gewonnenen Spielen wäre dann hier eine 4 und dann nach wie vor eine 0, weil wir ja keins verloren haben. Somit wären wir auf Platz 1. Diese ganze Sache ist eh ziemlich wackelig mit diesen Death-Win-Stan. Wenn dieses Gegnerteam jetzt, also 4 vor, 4 Freunde und Robert, falls die jetzt generell nicht mehr antreten sollten, auch gegen die anderen Teams, gegen die sie gelistet sind. Also, zum Beispiel, dieses Spiel steht noch aus, hier, gegen Helm. Und auch hier unten. Ne, das sind, man ist natürlich, jede Woche hat man ein Spiel. Und wenn die Boys komplett rausfliegen sollten, dann werden auch alle Runden gelöscht, die man gegen sie gewonnen hätte, werden sie angetreten. Somit sind dann auch unsere 64, die wir dann bald wahrscheinlich haben, wenn es geupdatet wird, auch nicht mehr da. Sondern nur das hier. Das ist unser Spiel gegen, äh, irgendwie Scary Raid Academy. Das war das allererste. Und da haben wir schön gespielt, das lief gut. Und wie gesagt, alles Pipapo, die Jungs waren cool. Und dann haben die Delta-Pandas hier noch gegen WC-Ente gespielt. So. Aber das war auch ein Death-Win. Wie man hier sieht, ne, sie fragen, ob die Gegner Zeit haben. Die Gegner melden sich nicht. Somit bekommen die Pandas die, die, die zwei vollen Spiele gewonnen. Also 32 Runden. 16 und 16 Runden. Win. Aber, wie eben erwähnt, falls diese WC-Enten rausfliegen sollten, beziehungsweise in unserem Fall eben diese vier Freunde und Robert rausfliegen sollten, dann sind die, diese Punkte wieder weg. Somit haben wir im Moment einen ganz guten Stand, weil wir halt schlicht und ergreifend das einzige Team sind, die ein richtiges Spiel hatten. Äh, wenn man hier reinliest bei den, bei den anderen Kollegen, äh, da haben sich die Spiele einfach vertagt. Also eigentlich haben die hier oben im ersten Spieltag hin und her geschrieben. Da waren eigentlich alle am Start. Also ich hab mal reingeschaut. Und, äh, sie mussten es aber verschieben. Und dummerweise war die erste Woche, direkt nach der ersten Woche, das ist ja immer eine Woche, ein Spieltag zählt praktisch für eine Woche, da war direkt die Woche drauf, Serverwartung oder so, bei 99. Nein. Das heißt, die konnten es nicht auf die Woche verschieben, sondern in zwei Wochen erst. Und vielleicht ist jetzt dann alles aus den Köpfen der Leute, ihr wisst ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Unser nächstes Spiel ist jetzt hier gegen Team Orglis and Hungry. Die hatten auch noch kein Spiel, wie man hier sehen kann, ha, also da ist noch nichts, äh, hat noch nichts stattgefunden. Ich hab da auch reingeschaut, sie haben da auch hin und her geschrieben, also sie sind auf jeden Fall oder eigentlich aktiv. Aber so eine Woche Pause kann eben Leute auseinanderbringen, ja, also gerade in der Starterdivision ist halt der Fokus nicht so ganz dabei. Also da kann ja jeder mitmachen. Da sind einfach alle Ränge vertreten. Und ich behaupte einfach mal, dass jetzt halt eben gerade bei den, bei den unteren Rängen, wenn man so sagt, komm, wir gehen aus Spaß mal rein, dass da die Ernsthaftigkeit halt auch dementsprechend so niedrig ist, dass man vielleicht nach einem harten Lose aufhört. Oder eben, weil man merkt, shit, wir haben schon zwei Spiele verloren, weil wir gar nicht da waren, ja, lassen wir das Ganze oder so, ne. Also sowas kann halt passieren. Gegen wen wir auf jeden Fall noch spielen werden, sind halt die Delta Pandas, hoffe ich, weil die sind bis jetzt das einzig andere Team, die hier eben aktiv Punkte gesammelt haben, wenn auch nur durch einen Deathwin. Ähm, ja, gegen die Pandas spielen wir am vierten Spieltag. Also kurzum zusammengefasst, nächste Woche spielen wir gegen Orglis and Hungry. Wir haben noch keinen Vorschlag gemacht, die Boys haben auch noch keinen Vorschlag gemacht. Wir werden diese Woche wohl noch einen machen, um das direkt abklären zu können, damit da nicht schon wieder so ein Deathwin-Ding entsteht, weil es ist halt auch echt stinklangweilig. Wir würden gerne spielen und so ein bisschen die Herausforderung halt annehmen, gegen andere Teams zu spielen. Darauf freut man sich ja hier in der Liga und, ähm, ja, da treten die Leute nicht an. Also ich hoffe, dass die Boys hier noch antreten. Gegen die Pandas dann, wie gesagt, die Woche drauf. Ich weiß nicht, wer von den Gegnern hier jetzt extrem gut ist, wer wohl unser Hardcore-Kontrahent sein könnte. Ich weiß auch nicht, wie gut wir im Vergleich eben zum Rest sind. Bei der letzten Season konnte man das direkt herauslesen. Also man hat nach drei Spielen gesehen, wow, da sind welche dabei, die haben alle drei gewonnen. Und keine Deathwins, sondern wirklich erspielte, äh, 32-0. Und da wussten wir direkt, alles klar, die werden uns wahrscheinlich fressen. Hier müssen wir halt mal gucken, wie es aussieht. Also in der Theorie stehen wir von den gewonnenen, selbst erspielten Spielen eigentlich auf Platz 1, weil, wie gesagt, das ja kein richtiges Spiel war, sondern eben einfach nur ein Deathwin war. Und was nach dieser Season passiert, sofern wir unter den ersten Dreien bleiben, oder vielleicht sogar auf dem ersten Platz bleiben, weiß ich nicht genau. Ich glaube, Wallen meinte, wir kommen dann in die vierte Division. Wobei, das ist ja ein Riesensprung, wer da oben ist vierte, was ist mit sechster und fünfter? Achso, oder wird generell der Starter so aufgeteilt, dass die hinteren alle in sechs kommen, die in der Mitte auf fünf und die ganz vorne auf vier, das weiß ich nicht genau, kann sein, pff, vielleicht. Team Skin Baron ist hier in der Liga, die ich eben angeklickt habe, verdammt. Die Division 3-1, na, merkst du was? Die Baröhnchen, dann haben wir hier ein 4-1, bürmische Knödel, was Golden Girls. Naja, keine Ahnung, also wohin wir dann kommen, falls wir erster sein sollten, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, 6, 5, so irgendwie, oder halt 4 vielleicht sogar, da sind sehr, sehr viele drin, okay. Ich bin gespannt. Nächste Woche geht's weiter. Ich werde das Ding natürlich wieder streamen, so wie ich gestern auch sehr gerne unser Spiel gestreamt hätte, aber da die Gegner nicht da waren, konnte ich halt kein 99-Damage-Spiel streamen, sondern wir haben halt dann einfach eSportl gespielt. Es wurde schon ein paar Mal gefragt, ob man noch mit dazukommen kann ins Team Inkasso. Wir sind bereits sieben Leute, also haben eben, ja, mehr oder weniger vier Stammspieler und drei Rotierende. Also da haben wir eigentlich schon genug Leute am Start. Ich weiß gar nicht, ob wir zwischendurch schon Stand-ins reingewählt haben. Ich glaube, man kann, sobald die Liga losgeht, nur noch zwei mit reinnehmen, dann ist Tuck. Davor kann man aber eigentlich das Team so groß machen, wie man möchte. Ja, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden. Also wir kommen gut rum, wir brauchen keine neuen Leute. Es freut uns natürlich, dass ihr Interesse habt da dran. Aber ja, wir sind wie gesagt voll. Und je größer es wird, desto schwieriger wird es natürlich auch, dass man diese einzelnen Komponenten, diese einzelnen Menschen dann zusammenpackt. Also, dass die aufeinander abgestimmt sind. Natürlich ist es eigentlich besser, wenn das Team so klein oder so schmal wie möglich ist, damit sich genau diese Leute aufeinander abstimmen können. Viele haben auch gefragt, was wir uns daraus erhoffen oder wie wir die Liga überhaupt angehen. Also, ob uns das jetzt ganz ernst ist oder sowas. Also, wir versuchen da schon gut zu spielen, aber es geht uns jetzt da nicht um Leben und Tod oder sowas. Also, wir ärgern uns nicht, wenn wir verlieren, dann haben wir alles verloren. Scheiß drauf. Wir spielen schon vorwiegend aus Spaß daraus. Das Team an sich ist eigentlich eh im Haupt-, im Vordergrund nur entstanden, weil Walden und ich einfach Leute haben wollen, die immer für gewisse Spiele in den Livestreams da sind. Darum wäre es natürlich auch ganz interessant, hoppala, wenn wir aufsteigen würden und dann einfach mal fühlen, reinfühlen, wie es denn so ist in dieser 6. und 5. und 4. Division. Also, wie man sich da dann behaupten kann als Casual-Team. Ich hoffe, die Unklarheiten konnten jetzt geklärt werden. Es freut mich, dass ihr da so hart am Start seid und so mit dabei seid und hoffentlich gewinnt ihr und hey, in Casual 4 noch ein Tor und so weiter. Ja, nächste Woche ist das nächste Spiel. Wir versuchen, dass wir die Spiele, wenn möglich, so auf Donnerstag 19 Uhr legen, dass es praktisch bei mir mitten im Stream ist. Direkt nach dem Low-Game ist dann halt das Spiel. Ja, wir gucken mal, dass die Termine so gehen. Wenn nicht, müssen wir es halt aufs Wochenende legen. Ja, das war es eigentlich soweit, ne? Ich hoffe, es ist alles klar geworden. Macht's gut. Haut rein. Daumen, äh, Kommentar. Ciao.